Musik Ja, derzeit ja Olympische Spiele in Südkorea. Wir schauen mal auf den Medaillenspiegel. Deutschland hatte bis zum heutigen Tage 18 Medaillen gewonnen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich die prozentual verteilen. Also 100% sind quasi die 18 Medaillen und der Anteil davon entsprechend dann im Bruch dargestellt. Also 9 von 18, das sind also 9 Achtzehntel, gibt 0,5. 0,5 in Prozent sind 50%. Dann Silber, 5 von 18, also 5 Achtzehntel, ergibt 0,28. Dementsprechend mal 100 noch, dann 28%. Bei Bronze sieht es vom Rechenweg genauso aus. Das heißt, wir haben 4 Achtzehntel und dementsprechend berechnen wir dann noch den Prozentanteil. Nun haben wir also alle Prozentsätze berechnet und überlegen uns nun, wie wir das Ganze im Kreis darstellen können. Dazu müssen wir die Prozentsätze erst einmal in Winkel umrechnen, denn ich kann ja nur Winkel anzeichnen. Die Grundüberlegung ist, der ganze Kreis sind 360 Grad. 1% sind 3,6, nämlich ein Hundertstel. So kann ich quasi wie im Dreisatz jetzt meinen Prozentwert in einen Winkel umrechnen. Das heißt, ich muss einfach immer nur den entsprechenden Prozentsatz mal 3,6 rechnen. In unserem Beispiel 50% Gold mal 3,6, 28% Silber mal 3,6 und 22% Bronze ebenfalls mal 3,6. Ich erhalte dann eine Gradzahl, bei Gold wären es 180 Grad, bei Silber 100,8 und bei Bronze entsprechend 79,2. Die Kommazahlen kann ich immer sehr schlecht zeichnen mit dem Geodreieck, deswegen werden die immer auf Ganze gerundet. Also bis 0,4 abgerundet und ab 0,5 aufgerundet. Insgesamt müssen immer 360 Grad rauskommen. Also wenn ich alle Werte zusammenzähle, muss ich auf 360 Grad kommen. Nun geht es also ans Einzeichnen der entsprechenden Winkel. Die Nulllinie habe ich schon mal eingezeichnet, also vom Mittelpunkt einen Radius beliebig anzeichnen. Jetzt den Nullpunkt an den Mittelpunkt anlegen und dann beginnen wir bei 0 zu messen. 10, 20, 30, 40, ihr seht, der Winkel wird immer größer, also in dem Fall die äußere Skala zum Ablesen verwenden. Dann wird der Winkel angetragen, ihr seht es hier, die Schere öffnet sich, 90, 140, 150, 170 bis 180 und dann habe ich den gestreckten Winkel. Als nächstes nehme ich mir dann die 101 Grad vor, das heißt ich muss das Geodreieck drehen, wieder den Nullpunkt an den Mittelpunkt. Ein neuer Schenkel liegt jetzt an, ihr seht es hier nach unten in dem Fall, an dieser Stelle wird der Winkel angetragen, bin ich wieder bei 0 und wiederum die äußere Skala, die den größer werdenden Winkel anzeigt. Also auch hier vom Nullpunkt, seht ihr, wächst der Winkel 90, 100 und ein Grad mehr 101. Ziehe ich mal das Geodreieck zur Seite, dann seht ihr schön, steht ein bisschen drüber hinaus, ihr könnt das ja dann gleich weggradieren. Ich bereinige das auch und nun haben wir schon den zweiten Winkel angezeichnet. In unserem Beispiel bin ich dann auch schon fertig, denn ich habe ja nur drei Werte, der dritte Sektor ergibt sich von alleine. Wichtig ist jetzt noch die Beschriftung, damit ich auch weiß, welcher Sektor welcher Bereich ist und dann kann ich das Ganze noch ein bisschen farbig machen. Also Gold einfärben und Silber und Bronze. Und dann habe ich ein wunderschönes Kreisdiagramm mit der Medaillenverteilung der deutschen Mannschaft bis zum 18.02.2018. Ihr gewinnt zwar kein Gold, aber ihr wisst jetzt hoffentlich, wie man Prozentangaben in einem Kreisdiagramm sauber darstellen kann. Vielen Dank.